Einen schönen guten Morgen wünscht euch euer Pastor Klaus. Schön, dass ihr da seid und schön, dass es euch gibt. Und ich preise Gott, dass ich immer noch die Freude und die Kraft habe, Gottes Wort zu verkündigen. Und ich preise Gott, dass es immer noch Menschen gibt, die sich die Zeit nehmen, diese Andachten anzuschauen. Mein Wunsch ist nicht, dass ich groß werde, sondern dass der Vater im Himmel groß wird und ihr stark werdet im Wort des Herrn. Wir haben August den Dritten und da heißt es in der Losung Psalm 34, 15 Lass ab vom Bösen und tu Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Hier spricht Gott zu einem Menschen, der das auch weitergibt. Lass ab vom Bösen. Aber das zählt ja für uns heute nicht mehr, denn wir tun ja nichts Böses mehr. Wir tun ja nichts Böses mehr. Was ist denn mit deinen heimlichen Notlügen? Du tust nichts Böses. Oder manchmal begehrst du doch auch das tolle Handy von dem Anderen oder die tolle Kleidung von dem Anderen oder die hübsche Freundin von dem Anderen. Und du, liebe Freundin, wie oft denkst du darüber nach, ach, ich möchte auch so gern dieses tolle Kleid, diese tollen Schuhe. Es sind Kleinigkeiten, aber es ist böse. Denn wenn wir ständig begierlich sind, egal auf was, wird der Feind immer mehr Einfluss gewinnen in unserem Leben. Oder wie oft rutscht dir der Name Gottes ungebührlich heraus, so nach dem Motto, ach, Herrgott, noch einmal. Oder muss ich mehr aufzählen? Denn ich glaube, du weißt es, dass wir den Namen des Herrn nicht ungebührlich benutzen sollen. Soll ich die zehn Gebote mit euch durchnehmen? Oder wisst ihr selbst, wie oft ihr euren Eltern nicht gehorsam wart? Ihr eure Eltern nicht geehrt habt. Das zählt für die jungen Menschen, aber auch für die Älteren, ihren Eltern gegenüber. Oder stehlen. Na ja, die zwei Büroklammern, die ich einmal mitgenommen habe. Oder den alten Kugelschreiber, den ich mal ausgeliehen habe. Oder die zwei Blätter, die ich mit heimgenommen habe, weil ich noch einen Brief schreiben musste und kein Papier hatte. Oder die Verkäuferin hat mir zu viel Geld rausgegeben. Auch das ist eigentlich Diebstahl, wenn ich es merke. So könnte ich durchaus stundenlang weitermachen. Aber es wird uns gesagt, lass ab. Lass ab vom Bösen. Ich sage es weiter, lass ab von der Sünde. Denn das Böse ist Sünde. Und wir lesen im Neuen Testament, im Matthäus, aus dem Herzen kommen arge Gedanken. Mord, Ehebruch, Diebstahl, Hurerei und, 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 und. Und das hat sich nicht verändert. Auch in den letzten 2000 Jahren nicht. All diese Dinge verlassen unser Herz. Darum sagt auch die Bibel, dass nicht was durch den Mund eingeht, verunreinigt, sondern was durch den Mund ausgeht. Lass ab vom Bösen. Kehre um. Tue Buße. Zuerst Buße tun. Vergebung erbitten von dem großmächtigen Gott und Vater. Dann heißt es hier, und tue Gutes. Tue Gutes. Wenn du Frieden suchst, wie es hier heißt, suche Frieden und jage ihm nach. Es ist keine einfache Sache, Frieden im Herzen zu tragen. Es ist keine einfache Sache. Darum heißt es auch, jage ihm nach. Ja, Frieden zu bekommen im Herzen. Gott ist der Fürst des Friedens. Jage ihm nach. Wenn du Jeschua in deinem Herzen Wohnung gibst, kehrt Friede ein. Und wenn Jeschua die Regierung in unserem Herzen hat, dann lügen wir nicht mehr. Dann stehlen wir nicht mehr. Und wenn wir es doch wieder tun, dann haben wir uns wohl getäuscht, dass Jeschua in uns lebt. Oder wir haben ihm nicht die komplette Kontrolle über unser Leben gegeben. Frieden und Jagd ihm nach. In der Lehrtext im 1. Petrus Kapitel 3 Vers 8, da heißt es, Seid alle eines Sinnes, voller Mitgefühl, liebt einander, übt Barmherzigkeit und seid demütig. Seid alle eines Sinnes. Damit ist natürlich nicht gemeint, dass wir auch wenn wir Böses tun, eines Sinnes sein sollen. Sondern immer dort, wo wir Gutes tun, wo wir Gott loben und preisen, wo wir Jeschua die Ehre geben, da sollen wir eines Sinnes sein. Ja, auch eines Sinnes im Bereich des Mitgefühls, Mitgefühls unserer Kranken und schwächeren Geschwister und Brüder und Schwestern. Eines Sinnes sein, an der richtigen Stelle zu helfen, gemeinsam zu helfen. Nicht einfach sagen, naja, die machen schon, da kann ich mich zurück. Nein. Du gehörst dazu. Dann heißt es, liebt einander. Ja, wie soll ich einander lieben? Ich kann doch nicht die Nachbarsfrau lieben. Ich kann doch nicht das Auto vom Nachbarn lieben. Es geht schlicht und einfach darum, den anderen anzunehmen. Diese Liebe, die Gott hier meint, bedeutet den anderen anzunehmen, wie er ist. Nicht dauernd an ihm herummeckern und rummeckern. Ich kann ihm seine Ehre lassen. Akzeptieren, dass er an manchen Dingen vielleicht mehr hat als ich. Auch den armen Straßenobdachlosen, der ein bisschen stinkt, annehmen. Mitgefühl und in Liebe annehmen. Auch den Nachbarn, der nicht drauf schaut, dass ein Hund ständig in meinem Garten ist und seine Häufchen setzt und meine Kinder dann doppelt so viel stinken. Liebt einander. Nehmt einander an, wie Christus uns angenommen hat. Übt Barmherzigkeit. Das ist also eine Sache, die oft keiner mehr kann. Und seid demütig. Demütig. Demütig ist schwer zu erklären. Auf jeden Fall steckt da mal Mut drin. Also Mut zu haben, sich zu beugen. Weil ich selber immer wieder Probleme habe mit diesem Wörtchen Demütigung oder demütig sein, bete ich, Herr, sei du die Demut in mir. Denn er war demütig bis zum Tod am Kreuz, auch gehorsam. Denn Demut hat auch etwas mit Gehorsam zu tun. Und ich bete einfach, Herr, sei du die Demut in mir. Weil dann wird es eine Demut sein, die Gott gefällt und nicht heuchlerisch und überheblich ist. Jeschua lebte in Demut. Und wenn er diese Demut in mir auslebt, gehe auch ich auf dem rechten Weg. Darum ist es wichtig, immer wieder die Herzenstür aufzumachen, ihnen immer wieder das Recht geben. Ja, ich nenne es manchmal so, weil ja in der Bibel von der Herzenstür die Rede ist. Offenbarung 3, Vers 20. Wer auftut, wenn Jeschua reinkommt, übergebe ich ihm oder habe ich ihm den Hauptschlüssel übergeben, den Zentralschlüssel. Er kann in jedes Zimmer in meinem Herzen rein. Er soll mich durchleuchten dürfen. Er soll in mir die Demut wirken. Er soll mich verändern in sein wunderbares Bild. Ich wünsche dir auch für den heutigen Tag. Sei gesegnet. Lass ab vom Bösen, tu Gutes. Und lass Jeschua in dir tätig werden. Amen.